Das H0 Modell der Foslo G6, eine moderne dieselhydraulische Rangierlok, kommt als Neukonstruktion in den Fachhandel. Die Variante dieser Rangierlok entspricht dem Vorbild der VPS, der Verkehrsbetriebe Peine Salzgitter mit Cummins Motor, Einfachlampen und Seilwinde. Die G6 wird seit 2008 von Foslo gebaut. Die innovative G6 überzeugt mit feinsten Gravuren, den separat eingesetzten Lüftergittern, dem Lüfterrad sowie der Lüfterradabdeckung. Feine Gravuren, wie dem typischen Anti-Rutschflächen auf den Umlauf-Nachbildungen, sind vorbildgerecht nachgebildet. Die filigran ausgeführten, angesetzten Umlaufgitter sowie die Stirnlampen runden den perfekten Gesamteindruck dieser Lok ab. Die Lackierung und Bedruckung ist makellos und trennscharf ausgeführt und entspricht in jedem Detail dem Vorbild. Das dreiachsige Fahrwerk ist feinst graviert und besticht durch extra angesetzte Teile wie Bremszylinder und Indusimagnete. Die Räder sind perfekt profiliert und mit nachgebildeten Bremsscheiben ausgeführt. Die mittlere Achse ist höhenverschiebbar montiert. Damit ist ein vorbildgerechtes Rangieren, wie zum Beispiel über nachgebildete Ablaufberge, möglich. Die Pico G6 ist mit einem normgerechten Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Zur Erhöhung der Zugkraft ist ein Haftreifen angebracht. Der Rahmen und das Führerhaus der Lok ist in Zinkdruckus ausgeführt. Die Lok zeichnet sich durch einen sauberen und leisen Lauf aus. Die ausgezeichneten Fahreigenschaften, vor allem auch die extremen Langsam-Fahreigenschaften, verdankt die Lok einem kräftigen, langsam drehenden Hochleistungsmotor mit zwei Schwungmassen und sorgen auch für vorbildgerechtes Ausrollen der Lok. Das Modell hat eine moderne Schnittstelle PLAX 22 und ist vorbereitet für die Soundnachrüstung. Alle digitalen Funktionen lassen sich nur mit dem passenden 22-poligen Decoder ausführen. Das AC Modell der Lok ist bereits mit einem PLAX 22-Decoder ausgerüstet. Die Lok besitzt einen Kondensator zum Überbrücken kurzfristiger Spannungsunterbrechungen. Bei Fahrbetrieb erfolgt automatisch fahrtrichtungsabhängig der Wechsel von Dreispitzsignal sowie der Schlussbeleuchtung. Die Schlussbeleuchtung ist auch separat schaltbar. Zusätzlich kann die Beleuchtung der Lok auch mit dem Rangiersignal Z1 geschalten werden. Die Kabinenbeleuchtung ist ebenfalls separat schaltbar. Mit der aufwendigen Nachbildung der auffälligen Lokomotive G6 demonstriert Pico einmal mehr den technisch hohen Standard seiner Modelle und offeriert ein ausgereiftes Modell mit Alleinstellungsmerkmal der modernen Loks aus Kiel. Dieses außergewöhnliche Fahrzeug mit hohem Spielwert stellt eine Bereicherung in jeder Fahrzeugsammlung dar und darf auch auf einer Anlage mit zeitgenössischen Themen nicht fehlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017